Raus vom Schwarzwald komme ich her und beim Training im ENZ-Aktiv purzeln die Funde sehr. Auch der Weihnachtsmann muss aktiv was für seine Gesundheit tun. Gesundheit war schon immer und ist momentan ein besonders wertvolles Gut. Dieses Gut kannst du jetzt verschenken. Sicher dir eine von 30 limitierten 10er Karten im ENZ-Aktiv. Einfach hier unter dem Video klicken oder im Online-Shop unter ENZ-Aktiv.de. Jetzt aber schnell!